Ah ne, ich hör wieder die Hündchen. Holy shit, Alter. Die sind ausgebrochen. Sorry. Aber nicht sorry. Wie sagt man so schön? Ja. Da drüber komme ich nicht. Ist das ein Name? Ne, eine Nummer, würde ich wohl schon sagen. Das kann ich nicht öffnen. Hm. Aber. Ach so, Moment mal. Genau. Das muss ja irgendwie einfach sein. Nein, die auch nicht. Mit der Diegelkisten ist die gleich kaputt. Naja. Ach, Diegel. Revolver, meine ich. Moin. Kann man da nicht mehr anmachen. Elektrik. Air Supply. Okay. Na. Oh, interessant. Interessant. Komplett neue Einrichtung. Diesmal mit blauen Wänden. Okay. Leider ist halt keine Musik gekommen. Labor. Ah, Audio. Äh, Special. Ne, nicht wie Spezial, sondern... Ach, wie heißt das nochmal? Ja, gut. Biochemie, Bioelectrics. Special. Es gibt doch dieses partielles Hören. Auch mit Audio. Also, dieses, äh... Mit diesen binauralen Hören und so weiter. Das wollte ich. Phony. Spot. Das ist mit einem Elektronen-Raster-Mikroskop aufgezeichnet. Das erkennt man erstens wegen dieser Auflösung. Drei Mikrometer zum Beispiel, zwei Mikrometer. Und hier die Voltzahl in Kilovolt-Bereich. Also in Tausender-Bereich. Ja, vor allem zwei Mikrometer ist doch... Nein, noch nicht ganz. Nanometer wäre Atomgrößen. Ach, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. What the... Jetzt, deswegen fragwürdige Ethik. Warum hat das ein A? Also ein... Drittes. Das Vier sieht ein bisschen aus wie bei Doom. Falls ihr Doom gucken könnt auf meinem Kanal, wo ich das in extra in 5K und maximal Einstellung spiele, dann müsstet ihr euch das im dritten Video, glaube ich, anschauen. Da gibt es ein Hologramm. Das Vier sieht ja genauso aus wie das da. Naja. Wie gesagt. Einfach mal Kanal besuchen. Ich habe hier das Spiel in eine eigene Playlist eingesetzt. Schön alles nach Chronologie. Und ich habe jetzt Angst, irgendwie Knöpfe zu drücken. Elektrik, Feuer, Gas. Das habe ich bei mir im Studium auch, solche Graphen. Aber... Will ich das drücken? Stopp. Krass, Alter. Ich habe extra Gas gemacht, weil Gas könnte harmlos sein. Je nachdem, was sie für den Gas haben. Ein Gas, was einen vergiftet. Oder ein Gas, was einen erstickt. Gas, was einen erstickt, ist aber auch qualvoll. Ist halt im Endeffekt so wie die Narkose im Krankenhaus. Beste Tasse. Ich glaube, ich gönne mir mal so eine Tasse. Toxilogie Labor. Report to Administration for a Lab Research Progress Update. Dr. N. Iris. This specimen for today's work is ready for collection from Aquatics. Aquatics. Dr. L. taught you requested records are ready for collection from Administration. Please return them after use. Message deleted. No message. Okay, irgendwie, wie ist euer Zwischenstand, gerade von eurer Forschung? Man kann jetzt die Spezies, okay, jetzt hat sich alles wieder gern, die Spezies irgendwie holen aus der Aquanautik. Wahrscheinlich irgendwas mit Wasser. Und so. Und jetzt habe ich die Hälfte wieder vergessen. Aber ist vielleicht gut zu wissen. Besser Teppich. Dann schauen wir mal, was sich hier so alles findet. Aber es hört sich für mich extrem krass an. Hört sich für mich extrem krass an nach, ähm... Gott, wie heißt das? Tierversuche. Oder Monsterversuche. Containment Lockdown. Interessant, dass sich das auch verriegeln kann. Ähm... Was ist das denn da, was da aufgeklatscht ist? Früchte sind das nicht, oder? Snarks. Das könnten vielleicht irgendwelche Viecher sein. Oh! Ich glaube, das ist ein Snarks. Xenon Spezies X0112. Das ist das einzige Nachteil. Das kann man nicht lesen. Noch ein bisschen Chemie. 3NO3. 6H. HCl. Hydrochlorid. Also... Salzwasser? Ne, Natriumchlorid war das. Hydrochlorid. Mit vergleichen, aber... Gut. Wir sind ja hier nicht um zu forschen. Das bewegt sich da oben. Error. Oder? Was bringt das denn ein? Jetzt ohne Scheiß, dass man irgendwelche Viecher mit hohen Geschwindigkeiten gegen so eine Ziehscheibe bedonnert. Da gehe ich noch nicht. Da kann ich nicht. Xenoflora. Minoxenus. EHT. Keine Ahnung, was EHT bedeutet. Xenoflora. Ah. Okay. Steht dann irgendwo, wo wir gerade sind. Da. Wir sind hier. Genau. Hier kommen wir nicht weiter. Wir kamen gerade von hier irgendwo. Genau. Wir kamen von hier. Der Rest ist unnötig. Wir müssen gerade durch. Das haben wir hier schon gesehen. Und dann sollten wir Leute finden. Zwei Stück. Oder vielleicht heißt das irgendwie, das ist das Labor, wo immer Leute sind. Oder jetzt ist ja eh alles Chaos mäßig. Und dann gehen wir hier durch. Kommen in die Lobby. Also das klingt für mich wie der Haupteingang. Mit zwei Wegen. Gut, das ist vielleicht abhängig. Vielleicht ist eins abgesperrt oder so. Weil wir kommen ja hier nicht weiter. Also müssen wir hier irgendwie. Genau. Nur da gibt es keinen Ausgang. Also wird die Lobby unser Orientierungspunkt sein. Und was heißt M. Maintenance. Also Wartung. EL Elevator. Also Aufzug. SEC Security. Ja, das ist klar. Decontamination. Genau. Das haben wir einmal hier. Das haben wir einmal hier. Und das haben wir einmal hier. Okay. Wissen wir Bescheid. Also ist das Ding doch ein bisschen größer als gedacht. Alter. Ich habe mich gerade so voll erschrocken. Hey. Meine Armbrust. Alter. Was ist passiert? Jetzt mal ohne Scheiß. Man hat hier die Viecher eingesperrt. Man macht auch scheinbar solche Probedinger. Das eine Vieh haben wir gerade aus der Seen ausgeschaltet. Wobei eigentlich auch mit Absicht. Und. Bei uns ist der Chaos. Was passiert? Das Ding ist exkludiert. Auf einmal kommen wir über diese mysteriösen Gestalten. Heißt das. Die wurden entdeckt. Und deswegen wurde. Ich sehe dich. Wurden die Viecher zuerst entdeckt. Und dann. Dieses Portal entwickelt. Um sie zu erreichen. Ich steck mal. Aha. Oh Gott. wurde dann deswegen dass die forschung in portalen zu machen gepusht um die fischer weiter zu kontrollieren und zu entdecken und zu erforschen oder war es umgekehrt krass ja keine ob wir das jemals erfahren werden weiß ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig zellen und nerven enden axon den dendrite nukleus das habe ich sogar gelernt das alles habe ich sogar gelernt was eigentlich ein bisschen zu hoch ist gut zu wissen jedes mal wenn wir sowas sehen gibt es nebenraum mit dem knöpfchen also wie ein bio labor eigentlich auch sein sollte oder sogar ist vermutlich genau wir müssen hier einen ach so toiletten waren das auf der karte was hier passiert ist autorisiertes personal kurz check also ich dachte schon also ich jetzt gar nicht weiter das ding ist sie macht das bewegt sich da das ding ist ziemlich weitläufig pizza würde ich in einem biolabor aber nicht essen wollen definitiv nicht wenn auch so viele leichen in der nähe sind ja moin in eine no gut up there als all sealed off die ohne we out would be to find someone with scanner access who can open the front door I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs maybe with the both of us looking we can track them down and get them to let us out of here you better reload sir Danke, darauf habe ich nicht mehr geachtet. Kommst du mit? Okay, warum nicht? Ich wollte nicht alleine sterben. Das ist immer lustig. Okay, jetzt müssen wir auch erstmal zuordnen so ein bisschen. Black Mesa ist für die Technologie, für Physik und so weiter. Das hier ist halt jetzt die biologische Aspekte davon. Was könnte es noch geben? So, ich gucke nochmal hier. Oder hätten wir schon alles. Militärisch ist es ja sowieso automatisch. Dieses Foto habe ich sogar als Wallpaper. Okay, dann... Achso, hier geht es auch nochmal weiter. Ah, ne, hier sind wir gerade gekommen. Gut. Dann gehen wir mal weiter Richtung Lobby. No? Vielen Dank.